So Freunde, hier in der Ecke ist was nerviges, Moment einfach mal so zack aus der Welt schaffen. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Binding of Isaac. Die Folge kommt etwas verspätet, weil unter anderem Nachbarn einziehen, neue Nachbarn und die machen ein bisschen Krach. Dachte ich, warte ich noch ein bisschen und dann habe ich in der Zwischenzeit einfach nur ganze Zeit neu gestartet mit Isaac, bis ich Goathead finde, diesen Ziegenkopf im Zaki-Zaki-Raum oder im Itemraum. Ich habe ihn nicht gefunden und das war mir irgendwie zu blöd und heute machen wir einfach mal zur Abwechslung irgendeinen Random Run. Wenn es Isaac wird oder Kane, 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 oh Gott. Ja, Kane hat einen guten Grundschaden, aber ansonsten hat er, ja irgendwie nicht so, was macht dieser Fuß? Der Fuß macht, dass wir mehr Drops aus Automaten bekommen oder wie war das? Ich glaube so etwas war das. Na gut, wahrscheinlich finden wir jetzt mit ihm, ne noch nicht, warte mal. Oh, fängt schon mal super an. Nice, Sagittar will irgendwas. Ähm, ich will erstmal in den Zaki-Zaki-Raum reingehen und dann die blauen Herzen aufheben, damit wir bloß keins verlieren. So. Die blauen Herzen sind heilig und die muss man lieb haben, alle, alle, alle. Übrigens, gestern kamen schon so viele Einsendungen, ne? Das ist unglaublich. Ähm, und einige haben mich, haben komische Texte geschrieben und haben sich schriftlich bei mir beworben. Ja, ich bin, tt, tt, Jahre alt, wohne in, tt, das interessiert mich alles nicht. Ähm, auch dass Isaac eigentlich ab 16 ist oder sowas, könnte man ja eine kleine Ausnahme machen, wenn ihr es gut könnt und eure Eltern wissen, dass ihr es zockt. Das ist ja nicht die Hauptsache, aber ihr müsst ein Video machen, wo ihr mir zeigt, hey, guck mal hier, ich bin... Ihr könnt übrigens auch, ähm, was ich mir gedacht hab, ihr müsst gar nicht Real Platinum Gott sein, so richtig, ne? Ihr müsst einfach nur alle Items freigeschaltet haben. Weil, wenn ihr nicht Real Platinum Gott seid, alles aber freigeschaltet habt, ähm, ja, euch fehlen ja dann nur einfach nur Items. Ihr müsst halt nur mit, ähm, The Lost alles geschafft haben. Sowas halt, ne? Also, ihr müsst alles haben. Versteht ihr? Ihr könnt euch auch ein Safe downloaden, ne? Wenn ihr das, wenn ihr, wenn ihr Isaac könnt, aber es nicht schafft, dann könnt ihr euch auch ein Safe downloaden. Ein Safe State, wo ihr alles freigeschaltet habt. Einfach nur, ähm, irgendwie Isaac spielen können und alles ist gut. Ich hab schon, der erste Einsender war ziemlich nice, den Namen hab ich jetzt vergessen. War ein sehr sympathischer Kerl. Und die zweite Einsendung war dann halt irgendwie sowas komisches. Richtig komisch geschrieben. Ich will nicht weiter drauf eingehen, ich will die Person nicht angreifen. Aber es war sehr komisch geschrieben. So, ähm, ihr müsst mir Videos schicken. Und dann ist die Welt toll und wir können gemeinsam Isaac gegeneinander zirken. So, da die Folge jetzt etwas spät kommt, müssen wir uns ein bisschen beeilen, hab ich das Gefühl. Dankeschön. Gut. Ich würd sagen, wir haben keinen Zaki-Zaki-Raum gekriegt. Auch keine Bombe mehr, um den Geheimraum zu suchen. Im Hintergrund hört ihr es vielleicht noch rumstampfen. Die schleppen da und ganz hoch in den letzten Stock. In den 76. Stock. Oh, das ist nervig. Ne, Quatsch. So, ähm. Ich hab hier überall, ich hab grad Brot gegessen. Warum hab ich überall Brotkrümel im Gesicht? Was ist denn los? Wie esse ich Brot? Wahrscheinlich war ich noch im Halbschlaf. Ähm, Curse of the Darkness. Nice. Ach ja, übrigens. Gestern hab ich ja wieder Counter-Strike ein bisschen gestreamt. Und, ähm, es waren zwei Streams nachher ziemlich scheiße. Ich könnte... Was mich auch genervt hat, ist, ähm, dass Leute geschrieben haben... Ähm, wow, stampft das, Mann. Fühlt sich an, als wäre hinter mir jemand und würde mit jemandem wrestlen. Ähm, es könnte auch... Also, was mich gestört hat, war auch diese... Die Leute, die kamen und gesagt haben, na, super, Holly, bist jetzt auf den CSGO-Train aufgestiegen. Ich hoffe, du kriegst voll viel donated. Buh, 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 buh. Und meine Fresse, Alter, ich hab tausend Stunden in Counter-Strike. Ich hab das nicht erst heute entdeckt oder gestern. Da hab ich schon richtig viel Zeit investiert, weil ich das Spiel mag. Und ich glaub... Ey, ich muss den Sub-Mode aktivieren, aber ich glaub, dann wär so gar nichts los im Chat. Haha. Glaub ich. Ähm, oder ich muss den Chat ganz ignorieren, ich weiß es nicht. Ich hab schon bei Scream reingeguckt, ne? Also, ich rede jetzt... Also, die, die Counter-Strike kennen, können jetzt mitreden. Die, die nicht Counter-Strike kennen, die denken, sie jetzt... Was ist Scream? Scream ist ein guter Horrorfilm. So. Oder so. Ah, verdammt, die explodieren, ja, stimmt ja. Ähm, Scream hab ich reingeguckt und der hat einfach so den Chat so... Eigentlich gar nicht beachtet, so null. Vielleicht so nach einem Match einmal... Oh ja, danke, danke. Das ist Libra, ne? Das nehm ich nicht mit. Das nehm ich nicht mit, Libra. Ne, 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 weil sonst bleibt alles auf... Also, ich seh... Also, stimmt es, dass ich dann, wenn ich Damage-Upgrades finde, dass es nicht so viel bringt, weil alles irgendwie ausgeglichen wird. Und das ist kacke, wenn wir mega stark werden. Und wisst ihr, was noch kackiger wäre, wenn das gar nicht Libra ist und ich das verwechsel? Egal. So. Dann hab ich halt noch einen Fehler gemacht, ne? Und? So. Und Topsy! Wusste ich doch, dass ihr auf mich jumpt, das sind noch mehr von den Viechern unten. So. Ja. Und außerdem sind die CSGO-Leute, die da spielen. Ich hab versucht, irgendwie alles Liebe zu verbreiten, aber dann hatte ich irgendwann auch die Schnauze voll. Und hab sogar mal jemanden Huchensohn genannt, nach dem Stream. Weil er uns beleidigt hat. Aber da fühlt sich das Match besser an, wenn man es gewinnt, danach. Das haben wir sogar gewonnen. Dann fühlt sich besser an. Aber das darf nicht passieren. Konterstrike darf nicht über meine böse Seite sich beherrschen tun. Was? So, ich bin grad ein bisschen durcheinander, ja. Ich hab sehr viele Herzen verloren, Mann. Wie ging das denn? Wer hab ich das denn hinbekommen? Wir hatten doch fast alles voll. Und jetzt haben wir so gut wie gar nichts mehr. Uhu. Oh, oh. Oh, da ist ein Steinchen. Moment. So, platzieren. Go, 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 go. Immerhin, immerhin. So, wir haben noch zwei Bomben. Das passt also hoffentlich. Lass meine Bombe in Ruhe. Sehr gut. Ein Damage-Upgradechen. Ähm, let's go. Der Hound besiegen. Und wir machen es so, wenn ein guter Devil-Deal ist, nehmen wir mit. Wenn ein schlechter Devil-Deal ist, nehmen wir nicht mit. Und dann gehen wir halt auf Angel-Deals. Wobei ich Evil-Up aufgehoben habe. Aber das müsste eigentlich mehr schwarze Herzchen bringen. Ne? Oh, Mann. Was ist denn los hier? Haben schon gut Damage eigentlich. Haben schon gut Damage eigentlich. Mann, 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 Mann. Wir haben auch schon gut Damage bekommen. Was ist denn los? Was ist passiert? Seht ihr, wenn man schon von Counter-Strike redet in anderen Spielen, dann läuft es auch scheiße. So. Und Devil-Deal-O. Ich hoffe ein bisschen auf Krampus. Oh. Ähm. Whore of Babylon. Hm. Wisst ihr was? Ich sag nein. Ich glaube, Babylon ist schon ziemlich sexy eigentlich. Müssen wir das Herzchen verlieren. Ähm. Toucht mich aber nicht. Es toucht mich nicht oder sowas. Keine Ahnung. So. Weiter, 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 weiter. Oder hätte ich es lieber mitnehmen sollen? Was wäre dann passiert? Also es wäre dann alles so ausgeglichen. Weißt du? Und wenn wir dann mega stark werden, gleichen wir uns trotzdem noch an die anderen Stats. Oder passen uns an die anderen Stats an. So war das doch. So. Mitnehmen das blaue Herzchen. Ich will wieder ganz viele blaue Herzchen. Aber mega viele blaue Herzchen. So. Ich weiß, es ist verdammt dunkel. Ich versuche mich hier zu beeilen. Zack, zack, zack. Was wäre bei Libra passiert? Können wir gerne sagen. Oder ich habe es richtig gemacht. Aber deswegen ist ja Libra gut bei Soy Milk. Weil ist das dann ausgleich. Dann hat man irgendwie, ja, ein paar Striche mehr an die anderen Stats. So war das doch. So, und ich glaube, ich weiß, wo der Geheimraum ist. Ich tue es jetzt hier. Ich überlege schon die ganze Zeit hier zu springen. Und, ja. Sehr schön. Ein paar Münzchen. Hat sich das gelaunt? Ich weiß es nicht. So. Let's go. Next Ebene. Hoffen, dass wir was Cooles bekommen. Wir haben noch Hyrule Friend. Den behalten wir jetzt erstmal. Vielleicht finden wir noch Blankard, was ziemlich cool wäre. Dann könnten wir uns immer wieder blaue Herzchen geben. Richtig nice. Richtig cool ist das, ey. Richtig cool. Wow. So, Curse of the Unknown. Ah, der Damage ist noch nicht so, ne? So, mhm, mhm, mhm. Okay. Okay. Und da ist der Itemraum. Zwischen diesen Ostgüpfen. So. Ich ignoriere euch. Ich achte gar nicht auf euch. Ah, ha, 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 ha. So, verarscht haben wir die. Man muss die mal austricksen. Ja, der ist ganz süß. Punching back. Hoi. So, ähm. Ich nehme noch ein blaues Herzchen mit. Ich nehme all die blauen Herzchen mit. Sie gehören nie. So, ich hoffe, wir kriegen direkt ein Devil-Deal. Aus irgendeinem Grund. Auch wenn wir Evil Up bekommen haben. Durch die, ähm. Durch die, diese, diese. Na, wie heißt denn das Ding, Mann? Wie nennt man sowas? Reißt nicht, Reißzwecke. Irgendwas. Irgendwas mit. Irgendwas. So, drei Schüsse und die sind weg. Eins, zwei, drei. Wow, da wäre ich fast dagegen gelatscht. Eins. Der braucht bestimmt fünf. Zwei. Drei, vier. Autsch. Fünf. Ja, richtig geraten. Ich meinte richtig gewusst. Ich wusste es natürlich. Ich hab mir, ich hab mir alles beigebracht hier. Ich weiß, wie viel Damage jeder einzelne aushält. Und ich berechne es dann mit dem Damage, den ich mache. Multipliziere ihn im Kopf. So, mit der P-Formel. Das ist sehr wichtig. Okay, let's go. Ach, mit Piercing Shots ist dieser Boss sehr angenehm. Wenn man durch die Gegner schießen kann. Und gleichzeitig den Boss treffen kann. So. Sehr schön. Dauert nur ziemlich lange. Wir brauchen echt jetzt Damage. Vielleicht wäre auch auf Babylon gar nicht so schlimm gewesen, ne? Aber naja. Schauen wir mal. Wenn jetzt noch ein Devil-Deal kommt, dann werde ich ihn auf jeden Fall mitnehmen. Auf Scheißen. So. Oh, wir haben es eigentlich geschafft. Meine Güte, stampft das. Ich weiß nicht, ob jemand in meiner Wohnung, also in unserer Wohnung hier rumstampft. Oder ob... Vielleicht bricht jemand gerade ein. Und ich denke mir auch, ja, ja, das ist nur dies, dies, das. Ja, Pandoras Box. Super. Vielleicht setzen wir das in der Kathedrale ein. Und bekommen dann ein Angel-Deal-Item. Ah, ja, ja, ja. Super. Noch ein Devil-Deal, den wir ignoriert haben. Ähm. Ja, wegen diesem blöden Evil-Up, ne? Wegen diesem blöden Evil-Up haben wir uns jetzt dieses Ding hier eingebrockt. Hm. Habe ich nicht beachtet. Da war mein Gehirn viel zu langsam. Nö, lass mal. Habe ich jetzt keinen Bock drauf. So. Das ist ja schön. Wir sehen nicht, wie viel Leben wir haben. Ich weiß noch gar nicht, wie viel Herzen wir haben. Wir haben ein Rad. Wir haben ein HP-Upgrade gefunden. Das heißt, drei Herzen haben wir. Genau, drei Herzen. Ja. Drei Herzen plus die blauen Herzen und sowas. Aber mir geht es um die roten Herzchen. Falls ich gleich hier so ein Blutspendeautomat finde, an dem ich spenden will, für ein bisschen Money. Ich finde, es sollte auch ein Samenspendeautomat geben, hier ein Isaac, nein? Ist mir das zu krass? Ich weiß nicht. So. Kreuzspinnen, Ahoi. So. Dankeschön. Okay. Jetzt geht es nur noch da oben rechts lang und ansonsten haben wir dann alles gekleert hier. Und da ist der Zaki-Zaki-Raum. Hey, unsere letzte Hoffnung. Vielleicht da so ein Goathead finden. Das wäre schon ziemlich nice. Danke. Computer sagt nein. Wie ist jetzt mal das hier ein? Zack, zack. Let's go. Weil ich habe das Gefühl, wir haben gar kein Herzchen mehr gehabt. Also kein schwarzes oder blaues Herzchen. So. Wah. Wah. Gut, weiter geht's. Let's go. To the mall. Let's go to the mall. Woher kenne ich dieses Lied? Ich weiß es nicht. Doch, wir hatten Donner ordentlich. So, zeig mal her. Ich will es doch nicht sehen. Verdammt nochmal. Was habt ihr hier für eine Scheiße? Ein Schlüssel immerhin. Hui, hui, hui. So. Wir bekommen viele Herzen dazu. Verlieren wieder viele. Viele Herzen dazu. Verlieren wieder viele. Das muss sich ändern. Spätestens up the bomb. Weil sonst haben wir ein Serious Problem. Ein sehr Serious Problem. So. Eggwater. Super. Nehmen wir mit. Könnten wir spenden, ne? Können wir den Automaten wie wenigstens nach vorne treiben? Nach vorne treiben. Hallöchen. Ich bin Chefkoch. Hallöchen, liebe Kinder. Oh, kriege ich jetzt wirklich wieder Chefkoch? Ich weiß es nicht. Ne, ein bisschen anders, ne? Wieso die billige Version von dem Chefkoch? Chefkoch aus South Park, meinte ich. Kennt ihr noch South Park? Ja, ne? Ihr kennt South Park. Läuft ja immer noch. So. Fand ich erstmal richtig verstörend, als ich das das erste Mal gesehen habe. Und überhaupt nicht witzig. Aber dann habe ich das, dann habe ich Sarkasmus kennengelernt und so. Mir fällt das andere Wort nicht ein. Das ist besser beschreibt. Und dann habe ich, da habe ich die Witze verstanden. Das ist gar nicht so, dass sie eigentlich alles verarschen. Und das hat mir dann so gefallen, dass ich das ziemlich oft gesehen habe. Leider nicht früh genug, um mit den coolen Kids in der Schule mitzureden. Die haben immer über South Park geredet. Ich habe nicht gesehen. Hier haben wir jetzt den Mega-Fatty. Haben wir überhaupt noch einen Damage-Upgrade gefunden? Ich hoffe, wir finden kein cooles Devil Deal. Space Item demnächst. Damit wir Pandoras Box bis zur Kathedrale mit mir schleppen können. Und dann bekommen wir ein Angel Deal Item. Und ich bin sehr gespannt, was es wird. Wenn es dann wirklich Godhead wird, ey. Dann flippe ich aber aus. Ich flippe auch aus, wenn es Sacred Heart wird. Aber im negativen Sinne. Weil dann bekommen wir Sacred Heart. Es hört sich gut an, aber hatten wir schon. So, hier bekommen wir jetzt gar nichts. Okay, damit habe ich schon gerechnet. Oh man, das wird ein nerviger Run, würde ich sagen. Komm, wir gehen weiter. Wir haben hier schon alles gecleared. Lass uns weitergehen. Vielleicht finden wir noch ein paar Sachen. Eigentlich müssen wir alles clearen, aber hey, gehen wir mal weiter. Gehen wir mal weiter. Walter White. So, ja, gehe ich rein. Ernsthaft jetzt? Oh man, Curse of the Maze. Ist das ein scheiß Ernst? Jetzt habe ich ein Herzchen verloren und bin nicht reingekommen. Was soll denn der Bullshit? Toll, Curse of the Maze. Und ich weiß nicht, wie oft er das noch machen will. Ich hätte jetzt gerne ein paar Bomben. Das wäre vielleicht eine Idee. Oh, Explosive Diarrhea? Puberty. I get, I get, I get. So, oh Gott. So, her mit der Bombe. Okay, jetzt wird gesprengt. Vielleicht kriegen wir hier eine Joker-Karte oder so. Na, das war schlecht. Ah, doch, wir haben alle erwischt. Super. Und nichts bekommen. Super, toll gemacht. So. Okay, sehr gut. Und was bekommen wir? Wofür habe ich alles riskiert? Für dumme Spinnen. Super. I like that. Super. Und jetzt verlieren wir auch noch unser blaues Herzchen und haben keine Chance auf einen Angel-Deal. Oder auf irgendeinem Deal. Einen Deal. So. Nein, 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 nein. Hört auf damit. Hey, da, ach so, da lebt noch einer. Ich habe nur die Tür da unten gesehen. War schon offen. Dachte, hey, wir sind safe. Oh, aus Babylon wäre echt nicht schlecht, Mann. Oh, fuck. Oh, fuck. So. Okay. Du liebst es, mich zu verarschen, was? Du liebst es. Oh, wir haben die Forever Alone Attack Fly. Die Rote mag ich eher. Die Rote ist cooler. Tut mir leid. Nichts gegen dich, aber die Rote mag ich cooler. Die Rote mag ich cooler. Was laberst du, Mann? Komm, jetzt verlieren wir mal kein Leben hier. Und vor allen Dingen kein unnötiges Leben. Oh, Spinnis, Spinnis. Oh, der schießt auf mich. Ah, Pille. Hätte ich gern gehabt. Oh, Gott. Jetzt rasen wir auch noch auf das... Bist wieder. Yes. Schnell erledigt. Super. Weg mit der Roten Spur. Wir dürfen jetzt kein Leben verlieren. Kein Leben verlieren. Oh, wie komme ich denn dahin? Gar nicht. Muss ich fliegen können? Muss ich fliegen können, um den Stein da zu erreichen, oder? Ja, klar. Vielleicht finden wir noch Hank Man oder sowas. Ja, ja, ja. Du bist witzig, Cut of the Maze. Wirklich sehr witzig. So. Komm, weiter nach rechts. Äh, nach links, meinte ich. Oh, Mann. Der Run könnte echt beschissen werden. Nur, weil ich jetzt Horv Babel und wieder ignoriert habe. Nee. Oh, kommt. Lass mal sprengen direkt. Hank Man. Judgment. Äh, ich weiß nicht. Der gibt ja nicht mehr nur Devil Deals, ne? Früher, als er nur Devil Deals gegeben hat, war ja cool. Aber jetzt hat er sich verändert. Wow. Jetzt hat er sich verändert. Oi, oi, oi. Wir dürfen kein Schatten nehmen, aber müssen locker sehen alles. Schön locker, locker, locker. Mitnehmen. Oh, ja. Mitnehmen. Und spinnen, spinnen, spinnen. So, wie viel nimmst du? So, wenn wir 720 erreichen, wäre auch schon ziemlich sexy. Ah. Schade. Da hätte ich mir wenigstens 5 da lassen können, damit ich noch eine Bombe kaufen kann, du Arsch. So, die Leiter habe ich jetzt gekauft für Folgendes da unten. Hier. Jawoll. Hat sich das gelohnt. So, weiter, 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 weiter. Item rum waren wir. Oh, mein Gott. Ich habe mich durchgemuggelt. Sehr schön. Die sind fixiert auf meinen kleinen Freund da. Au. So. Okay. Wir sind nekropolis 1, ne? Genau. Dann auf geht's. Komm schon. Gib mir wenigstens jetzt einen Devil Deal. Einen guten. Damit ich den wenigstens mitnehmen kann. Damit es besser aussieht. Ja, genau. Hüpf hier. Nein, nein, nein. Du sollst runterhüpfen, Mann. Au, Mist. Ich darf keinen Schaden mehr nehmen. Nein. 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 Mann, nein. Ja. Nein. Nein. Ja. Wow. Ist das ein geiles Battle gewesen. Ich flipp aus. Was war das denn für ein Bullshit, Mann? Schimmer, Schinder, Schinder. Er hofft mich hin und her zu porten. Du Nervensäge. Mein Gott. Ja, ja. Richtig witzig bist du. Ein richtig witziger. So, ich will da gar nicht hin. Man, dieses Curse of the Mace pisst da einen richtig an. Tolle Idee, Edmund. Tolle Idee. Wow. Bist du alleine auf die Idee gekommen? Darf ich dir gar nicht zu suchen. Ich hätte solche tollen Ideen. So, da unten rechts war der Typ, ne? Der Blut von mir will. Nein. Hä? Wo war denn der? Wo habe ich den platziert? Ach, da oben. Ja, ja, ja. So, dann gib mir mal was Cooles. Bitte. Okay. Okay. Na, immerhin. Bad Gas. Und hier haben wir Resistance. Evil up your enemies will pay. Ich werde sowas von Devil Deals bekommen, aber sowas von... Okay, so, weiter geht's. Was für ein Kampf, oder? Mein bester Kampf. Ihr habt es schon ein bisschen gesehen. Ich habe die Hoffnung schon aufgegeben und hatte keinen Bock mehr. Aber haben wir trotzdem geschafft. Irgendetwas in mir hat meine Finger so bewegt, dass wir den schaffen können. Aber ich habe eigentlich schon aufgegeben. Ich hasse diesen Boss. Und vor allem machen wir so wenig Damage, Mann. Auf Babylon brauchen wir. Ne. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Ein paar Pillen. Balls of Steel. Bad Trip. Fast zu gut. Fast zu gut. Pupity. Ja, vielleicht werden die Haare dann auf dem Kopf noch größer, Mann. Holly ist angepisst und wütend. Holly ist angepisst und wütend. Wow. Dankeschön. So. Ähm. Da. Ei, ei, ei. Ähm. Was machen die denn hier? Hey. Aber ich habe nicht gerufen. Ah, die Zeit wird wieder knapp. Verdammt nochmal. Und die Zeit wird wieder knapp und knapp und knapp. Das heißt, wir schaffen nicht, Boss Rush. Hätte ich aber gerne mal wieder irgendwann. Ah. Nein. Lohnt sich nicht. Ah. Wir sind ja schon sowas wie eine Ziege. Also unser Körper. Also unsere Beine. Und ja. Ziegenbeine. Wir brauchen jetzt nur noch Goathead. Komm schon. Aber jetzt ist es auch schon zu spät. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt einen Devil Deal. Was dann noch weniger Sinn macht, ey. Würde ich ihn dann mitnehmen? Ich denke, nein. Oh. Oh, eine rote Kiste. Oh, super. Zwei Bomben. Warte, habe ich schon den Itemraum hier gefunden? Nein. Hör auf, mein Kumpel anzugreifen und anzustarren. Der will nichts von dir. So. Okay. Was hat es gebracht? Gar nichts. Ich glaube, es gibt mir eine Joker. eine Joker-Karte. Ach so. Wir haben Bobs Head-Ding ins Kirchen gehabt. Okay. Oh, mein. Pandoras-Box muss ich einsetzen. Wieso? Ich wäre eigentlich abgekratzt. Sowas von abgekratzt, Mann. Tut mir leid. Tut mir sehr leid. Tut mir sehr leid. Tut mir sehr leid. So. Huuuui. Eigentlich müsste ich das im Raum einsetzen. Warum setzt das hier ein? Was hat das jetzt gebracht? Gar nichts. Gut. Gut, gut, gut. Nehmen wir noch ein Bämmchen mit und ein Herzchen. Spenden können wir ja nicht mehr. Also. Egal. Mann, Cain, du bringst uns aber ein Glück. Du bringst uns aber ein Glück, Cain. Schade. Ich dachte, ich fliege auch in die Luft. Einsetzen. Und die Gegner haben Angst vor uns. Hahahaha. Hahahaha. So, ich will das mal... Oh, oh, oh. Na, ich wollte es wegschießen, aber dann hat man gesagt, Nein, du hast den Pissing-Short-Dufall-Idiot. Da habe ich gesagt, ja, richtig, ja. Und dann war ich schon tot. Okay, let's go. Hi, Mom. Hi, Mom. Immerhin die normale Form, die nicht so extrem nervt. So. Ja, ja, ich weiß, wie ich heiße, Mann. Was in dem bin ich Cain? Nein, hier ist Cain. Nein, hier ist Cain. So. Ja, ja, schön stampen. Vorwut. Glaubst du, du kommst so weit, Mom? So. Go, 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 go. Ja, verdammt. Und da renne ich dann noch rein. Weil dein dicker Poos alles versperrt hat, Mom. Ja, das ist ja noch tot. Verdammt, hey. So. Irgend auch ein Devil Deal. Wer hätt's gedacht? Und das ist nicht Campus. Ich nehme es mal mit. YOLO. Ja, wir haben zu viel Evil Up. Zu viel Evil Up. Battle oder sowas haben wir nicht gesprengt. So. Was haben wir hier? Evos. Eine Leiter, bitte? Ja. Oh, Hallöchen. Kommt auch selten vor. Oh, zum Schwarzmarkt. Hey, super, dass ich alle meine Herzen jetzt schon geoffert habe. Broken Stopwatch. Oh, der Kompass. Oh. Ein August einsetzen. August. Jetzt habe ich hier keine Chance auf einen Devil oder Angel Deal. Ja, ich weiß. So, komm. Isaacs Fog. Interessant. Gib mir was Gutes. Bitte, 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 bitte. Komm, 20 Sekunden dauert der Resistance, ne? Perfekt. Na, immerhin. Range Down. Cain, man, du Arschkopf. Was soll der Mist? Das nehmen wir auch mit. Wir könnten die Ebene überspringen, aber nein. Wir könnten ja noch irgendwie sowas wie ein Devil Deal bekommen oder sowas. Schauen wir einfach mal. Schauen wir einfach mal. Schauen wir einfach mal. Aber die Ebene ist dunkel. Ey, nervt das. Oh ja, das tue ich. Und zwei Kapitale. Hey. Und hier ist das letzte drin. Juhu. Ah, doch nicht. Wenn alles nichts bringt, dann muss Goppy uns retten. Dann muss Goppy uns retten. Lockdown. Super, super, ja. Das ist natürlich super, dass wir eine Lockdown-Pille bekommen mit Cain, der eigentlich den Lucky Food hat. Foot. Super, ne? Diese Ironie. Ich flippe aus, diese Ironie. So. Ein paar Monstrums besiegen. Ah, Tami's Head. Tami's Head-Effekt. Dieses Dead Sea Scrolls haben einfach immer Random Effects. Jetzt weiß ich nicht, auf wen ich springe. Auf mich oder auf das Ding. Jetzt auf mich gerade. Bad Gas. Schön vergiften. Wow. Bei solchen dunklen Ebenen scheine ich aber so sehr, ne? Ui. I'm so fabulous. Uh-uh. Okay. Waa. Waa. So, das ist der falsche Weg, wie ich merke, aber da ist eine rote Spur. Nicht vergessen, nicht vergessen. Weg, 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 weg. Sehr gut. Ähm. Wir sollten vielleicht auch mehr Leben holen. Ich meine, ich könnte es schaffen mit diesen drei Herzen. Ist jetzt nicht so. Das aber. Dennoch wäre es nicht schlecht, vielleicht noch ein blaues Herzchen mehr zu haben. Nur eins. Mehr verlange ich nicht. Nur ein verdammtes Herzchen. So. Hat er gerade das Jam-Hard gehabt? Ja, den Jam-Hard-Effekt, ne? Genau. Es hat dann, glaube ich, alle Space-Items, oder? Alle Space-Items. Wow, verdammt nochmal. Ich habe es gewusst. Ey, zwei Schläge, wir sind tot. Da ist eigentlich nur noch einer. Nein. Nicht hier rein. Oh, sehr gut. Go, 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 go. Fliege, dreh dich schneller. Ah, natürlich gehst du auf mich. Du Perversling. So. Okay. Kreuzchen. Kreuzchen, 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 irgendwo. Mann, der Eclipse-Kampf wird der schwerste eigentlich von allen. Temperance zweimal. Super. Super, super, super. Jetzt bräuchte ich nochmal. Da ist ein Steinchen. Sehen. Vielleicht kriegen wir jetzt zufällig den Unicorn-Effekt. Naja, wir kriegen ein Herzchen dazu. Der Nagel, oder was? Interessant. Tja, spielen wir heute mal mit den Dead Sea Scrolls. Ne, sieht man auch nicht alle die Tage. Vielleicht rettet es uns den Arsch. So, okay. Weiter, 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 weiter. Es ist Freddy. Hi, Freddy. Was haben wir hier für einen Effekt? Oh, du bist versteinert. Oh, ich latsche auf deinem roten Scheiß rum. Oh Mann, wie viel halten die denn aus? Ich dachte, der stirbt hundertprozentig noch, bevor er mich erreicht. So, bye, bye. Unsere Range ist dank einigen Doppeln auch nicht mehr die geilste. Sehr schön, sehr schön. Kommen schon die Spritze, komm, lass uns den Run komplett zerstören. Oh, wir haben kein Leben mehr. Und weniger Damage. Super, 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 super. Hey, I like this shit. Gut, wohin geht's? Nach unten geht's zum Boss. Oder auch nicht, warte mal. Nein, Mann, ist unsere Fire Raid jetzt übel. Voll übel, Alter. Lass mich in Ruhe, schieß mich nicht ab. Oh, vielleicht ist da der 6er Würfelraum. Dann machen wir den einmal. Mann, was für ein Run. Irgendwie gefällt der mir gar nicht. Das ist ein Run, wo man eigentlich neu starten sollte. Wow. Wow. Danke, Spiel, danke. Oh, das müssen wir mitnehmen. Vielleicht gibt es sonst ein blaues Herzchen wenigstens. Da drin ist auch nichts. YOLO, Maudadolo. Oh, Joker. Ich ist johot. Verdammt doch mal, wir sind doch auf dieser blöden Ebene. Aber ich habe Angst bekommen. Was tue ich, Mann? Komm, gib mir ein blaues Herzchen. Nein. Oh, jetzt gibt es nur den Schutzeffekt. Verdammt nochmal. Das war jetzt mega fail. Was ist denn los mit diesem Run? Verdammt nochmal. Aber solche Runs müssen auch manchmal kommen. Oh, ich habe die Leiter. Sie hat mich gerettet. Ich dachte schon, da ist mein Ende. Ich habe die Leiter. Ich habe die Leiter. Warte mal. Ich habe die verdammte Leiter. Und ich habe Bomben. Wow, das war knapp. So. Gib mir ein blaues Herzchen. Komm schon, ich setze jetzt jedes Mal ein. Wie sehen wir denn aus? Ach, wir haben Moms, bra. Okay, verstehe. Wir haben eine Leiter, aber ich komme da trotzdem nicht an. Schnick, 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 schnuck. So, der Boss ist da unten. Also würde ich mal behaupten, dass wir hier lang müssen. So, beiden Seiten schnell zerstören, bevor die anfangen zu schießen. Sehr schön, das ist der Trick. Und wir bekommen ordentlich Schlüssel. Eigentlich reichen uns vier Stück. Alter, ein Schlag von irgendwas und wir sind tot, Mann. Ein klitzekleiner Pupstreffer. Seht ich irgendwo ein Kreuzchen auf dem Stein? Ich sag nein, das war ein Reim. Das kann doch nicht sein. Judgment. Judgment. Schuss, Schuss, Schuss. Oh Gott. Das war kein guter Schutz, würde ich sagen. Ah, mein Gott. Dammt doch mal. Da habe ich die Bande nicht mit berechnet. Wo kann ich mich da hinstellen, damit es safe ist? Hier eigentlich, ne? Und wir bekommen Das ist zum Wegporten. Tja. Steinchen hier auch nicht. Oh, fuck. Nicht auf mich, 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 nicht auf mich. Spiele ich hier mit The Lost, oder was? Ey, fliegen wir jetzt auch ziemlich nice. Komm, tun wir. Ich kann's nicht auf mich, 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 nicht auf mich. Der Devil. Das ist super, der Devil. Schon wieder haben wir Momsprow-Effekt. Oh, oh. Das Glück haben wir hier ordentlich Platz. Sagt er und rannte trotzdem fast rein. Na, einer von euch muss sich schon den Geist aufgeben, super. Sehr gut. Wir haben Devil, das ist gut, würde ich behaupten. Explosierende Schüsse. Explosierende, was? So. Ach, komm schon. Na, eigentlich ist er tot. Maggie's Faith. Könnte uns ganz gut helfen, eigentlich weiß ich nicht. So, los. Es lässt besiegen. Das wird der... Das wird ein großer Bullshit. Oh. Irgendwann können wir die Augen jetzt schnell besiegen. Go, 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 go. Da geht der Effekt schon weg. Vor Schreck. Kein Schaden. Kein Schaden bekommst du noch. Kein Schaden bekommst du noch. Oh, oh. Holy moly. Gehst du ab. Oh, nein. Komm schon, das ist Tötet die Spinne für mich. Sehr schön. Sehr schön. Yes, 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 yes. Ja. Hab in den Himmel. Komm schon, das bringt wir zu Ende. Das bringen wir so was von zu Ende. Zack. Katze hier irgendwo? Nein. Katze schläft wahrscheinlich. So. Oh Gott. Und jetzt an dem sterbe ich. Direkt. Instant. Weil die in mir spawnen oder so ein Scheiß. Was die immer gerne tun. Hey, unsere Range ist gerade also nicht mehr so scheiße. Sehr gut. Immerhin hat das die gelbe Schütze bewirkt. Tja, hätte ich jetzt Libra mitgenommen. Hätten wir alles ausgeglichen oder was? Wäre ich vielleicht dann stärker mit Libra? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. So, aha. Aha. Wow. Ich hab Space gedrückt. Und der Effekt war... Weiß ich nicht. Was war das für ein... Ach, der TNT-Effekt. Weißt du? Hier. Da geht's noch dieses Space-Item. Tja, wir haben jetzt Glück gehabt. Es hat uns einmal wiederbelebt. Aber ob es noch einmal tut, weiß ich nicht. Super. Dieses Space-Item, äh... Könnte man ruhig rauslassen. Ey, jetzt ist die Dead Sea Scrolls noch unnötiger. Diesen blöden Effekt. Als wäre es jemals schon nötig gewesen, irgendwie. Oder wichtig. So. Kann man den Körper hier zerstören? Sehr schön. Okay. Ah, ich setz ein. Versteinert, super. Immerhin. Guter, guter Effekt. Ey, wir spielen jetzt hier so auf Risiko, ne? Oh man, ich muss gleich Isaac wieder mit einem Herzchen besiegen. Ich glaub, da ist das Ende. Ich glaub, da ist das Ende. Ein sehr beschissener Run. Okay, hey, gibt's auch manchmal. Ich hatte einiges besser machen können. Es tut mir leid. Hier ist der Seed. Okay, hier nochmal. Vielleicht war das zu schnell. Wow. Platzen die auf, Mann. Mit Schmackes platzen die auf, ey. Heilige Mama. So. Okay, dankeschön. Ey, vielleicht kriegen wir ein blaues Herzchen. Hui, gut. Okay. Ich würd's gerne gleich noch einmal aufladen. Ehrlich gesagt, unsere Dead Sea Scrolls. Und vielleicht kriegen wir noch ein blaues Herzchen oder sowas. Das wird ziemlich sexy. Ganz viel Kohle. Was soll ich damit verdammt noch mal? Geld ist nicht alles, was zählt. Geld ist nicht alles, was zählt. Blau Steinchen irgendwo hier. Komm schon. So, blaue Steinchen. Gib mir ein blaues Steinchen. Wow, wow, wow. Dünn gemacht. So. Okay, aufgeladen. Und jetzt setzen wir das Ganze bei ihm ein. Und wahrscheinlich ist es wieder dieser Kamikaze-Effekt. Und, nein, wir haben ihn verlangsamt. Aber für wie lange? Ah, sehr gut. Jetzt konzentriert er sich auf ihn. Währenddessen können wir ihn hier fertig machen. Oh, nein, 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 da geht es schon los. Ah, nein, konzentriere dich auf den anderen. Konzentriere dich auf den anderen. Konzentriere dich auf den anderen. Ja, genau, er ist der Böse. Er ist der Böse. Wow. Schöne Angriffe hast du aber, muss ich schon sagen. Nein, 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 auf ihn, auf ihn, auf ihn. Auf ihn, bitte. Auf ihn, bitte. Oh, 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 oh. Ich habe da keinen Überblick mehr. Komm, schon gehen die dritte Form. Hau ab, du blöder Engel. Nein. Und das ist das Ende. Ah, wegen diesem Strahl da unten. So nervig, dass die random kommen. So nervig, unglaublich. Ah, was für ein Run. Ich habe keinen Bock, den hochzuladen. Ah, der war nicht so gut. Der war nicht so gut. Egal, sowas passiert auch mal. Sowas passiert auch mal. Bis zum nächsten Mal. Euer Holly. Wir haben ja noch keine Winstreaks. Und ich muss jetzt mal die Tode vollkriegen. Wenn schon, denn schon. Mensch, dann.